Hallo ihr Lieben, ich nehme an, ab einem bestimmten Alter kennt so gut wie jeder Mensch beides. Menschen, die dazu neigen, bei jeglichem Misserfolg zu sagen, das war ich nicht, das waren die Umstände, das waren die anderen. Und bei jeder guten Sache in ihrem Leben oder die sich in ihrem Umfeld ereignet, sagen sie, das war meine Leistung, das geht auf mich. Und genauso kennt man ab einem bestimmten Alter auch Menschen, wo es genau umgekehrt ist, also die bei jeder schönen Sache in ihrem Leben sagen, ja, ich hatte halt Glück, aber ihren eigenen Anteil, ihre eigene Leistung daran gar nicht anerkannt werden, während sie bei jeder nicht ganz so guten Sache es voll auf ihre Kappe nehmen, die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, das war ich, das ist mir misslungen, das war mein Fehler. Ich weiß nicht, woher ich es habe, ich glaube, es ist angelesenes Wissen, aber auf eine gewisse Weise ist es zumindest für mich intuitiv plausibel. Bekloppterweise sagt die Psychologie die erste Variante, also die Überinterpretation, dass das Gute im eigenen Leben aus der eigenen Aktivität stammt, während die nicht ganz so guten Dinge halt woanders herkommen, aber auf jeden Fall nicht auf die eigene Kappe gehen, sei das psychisch gesündere. Also psychisch gesunde Menschen haben einen gewissen Bias, der auch nicht realistisch ist. Und natürlich kann man beides stark übertrieben haben, also beide Varianten sind hochproblematisch, wenn sie übertrieben da sind, aber sage ich mal so, es ist nicht die psychisch gesunde Variante, einfach genau in der Mitte zu sein, sondern tendenziell neigen psychisch gesunde Menschen dazu, etwas zu betreiben, was man nennen könnte beständigen aktiven Selbstwertschutz. Das heißt, sie bauen systematisch ein positives Selbstbild auf. Und das kann man eben sehr gut, indem man gute Dinge sich selber zurechnet und nicht ganz so gute Dinge nicht permanent auf die eigene Kappe und mehr Kulpa und man geißelt sich selber betreibt. Und natürlich kann man es auch übertreiben. Und wenn man es übertreibt, ist natürlich die erste oder bei den meisten wahrscheinlich reflexhaft die erste Intuition, was daran problematisch sein könnte, ist, dass man eigentlich einfach halt auch eigene Fehler grob übersieht und dann nicht dazulernt. Also wenn man ständig denkt, die schlechten Dinge im eigenen Leben haben nichts mit einem selber zu tun, dann wird es mit dem Lernen, dazulernen eher schwer. Das ist sicher so, dass wenn man das übertreibt, dann die Lernkurven geringer ausfallen und man dann vielleicht auch ganz sehr, sehr problematische Dinge anrichtet. Oder geradezu Katastrophen, persönliche Katastrophen oder vielleicht auch größere Katastrophen, die nicht nur einen selber betreffen. Es gibt aber, glaube ich, noch eine zweite Sache, die dann an diesem tendenziell psychisch gesunden Verhalten, wenn man es übertreibt, auch problematisch sein könnte. Und zwar, wenn man halt wirklich glaubt, dass alles Gute im eigenen Leben an einem selber hängt, dann ist das natürlich auch ein irrer Druck. Das dürfte schon durchaus auch korrelieren mit eben jenen Menschen, die dann irgendwie dann doch keine Geschenke annehmen können. Weil wenn alles Gute, was im eigenen Leben ist, von einem selber kommt, dann ist man ja irgendwie auch nicht auf andere angewiesen und kann einem auch sehr schwer Hilfe annehmen. Also wenn man es übertreibt mit dem Ganzen, dann ist das halt auch ständiger Druck. Dann ist eben sozusagen, ist nicht so, dass viele schöne Dinge im eigenen Leben einfach Geschenke des Lebens sind oder Geschenke anderer Menschen oder Geschenke des Universums oder der Umstände, sondern muss man halt wirklich alles, was gut ist im eigenen Leben, selbst erzeugen. Und das ist für ein so begrenztes Wesen wie den Menschen dann doch irgendwie auch eine gewisse Überforderung. Oder ich könnte mir vorstellen, dass das relativ stressig ist. Ich selber neige nicht sonderlich dazu, muss ich sagen. Aber so stelle ich mir das vor. Aus völliger Unkenntnis, aus reinem Theoretisieren heraus. Aber wie gesagt, das ist angelesenes Wissen, dass das eher Selbstwertschutz zu betreiben, aktiven Selbstwertschutz, auch prophylaktischen Selbstwertschutz, dass das eher psychisch gesund ist, während das Umgekehrte, also sich ständig selbst zu geißeln und ständig die eigenen Fehler zu fokussieren und sei es, um dazuzulernen, gar nicht so wahnsinnig empfohlen wird oder eben auch beobachtbar nicht das Verhalten von Menschen ist, die halt dann auch psychisch etwas stabiler sind. Das ist eigentlich intuitiv, würde ich sagen. Psychische Stabilität muss hergestellt werden. Sie ist nicht einfach von alleine da. Wir sind halt keine Steine, wir sind Menschen. Und unser Hirn arbeitet die ganze Zeit. Und wenn es gut arbeitet, arbeitet es eben auch die ganze Zeit am Selbstwertschutz oder an der Selbstwerterhaltung. Und ja, also ich sage es mal etwas flapsiger, sich selber so etwas geil zu finden, ist wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig ungesund. Manchen Menschen fällt das halt etwas leichter als anderen. Und das ist jetzt vulgär Küchenpsychologie. Also keine Ahnung, was Leute dazu sagen, die wirklich Ahnung haben. Also Psychologen und so weiter. Aber mir kommt es so vor, dass das, was man vielleicht erst mal auch damit verbindet, Narzissmus eigentlich das genaue Gegenteil ist. Also in meiner kleinen begrenzten Welt sind Narzissen Leute, die tief in ihrem Selbstwert verletzt sind. Und genau weil sie so in ihrem Selbstwert verletzt sind, das dann in einer pathologischen Weise brauchen, dass wirklich alles Gute in ihrem Leben aus ihnen hervorgeht. Und nichts Schlechtes kann aus ihnen selber kommen, weil sonst sofort ihr Selbstbild zusammenbrechen würde. Also praktisch, das sind Leute, die sind eigentlich so empfindlich in ihrer kleinen Psyche, weil das halt da in der Kindheit einiges vorgefallen ist, entwickelt sich das wahrscheinlich in der Regel. Und dann ist es halt so, wenn auch nur der kleinste Kratzer im Lack ist, dann bricht gleich alles zusammen. Und deswegen darf dann eben auch nicht der kleinste Kratzer im Lack des eigenen Selbstes irgendwie sein, sondern man ist halt der Tollste, der Geilste, aber eben nicht, weil man es genießt, sondern weil man es braucht. Weil man anders sozusagen das Gefühl hat, subjektiv zu sterben oder die Welt bricht zusammen oder so. Und insofern ist also, sich selber toll zu finden, was anderes als Narzissmus, an der Oberfläche mag es vielleicht sehr ähnlich erscheinen, aber Narzissen wirken halt nicht sonderlich stabil, zumindest nicht auf mich. Ja, es ist halt also dieses Krampfhafte und dieses Pathologische und auch diese hohe Energie, die der ganze Zeit aufrechterhalten werden muss, das spricht schon für einen eher, ja, wie soll man sagen, für eine eher unentspannte, unentspannte Daseinsform. Das ist jetzt alles Küchenpsychologie, ja. Also ich bitte, das zu entschuldigen. Ich bin ein Mensch, der sich Gedanken macht, der keine Ahnung hat, der sich aber versucht, einen Reim auf die Dinge zu machen und auch einen Reim versucht, auf die Dinge zu machen, die er so hört und die Dinge, die er so zu beobachten glaubt. Ja, mehr ist es nicht. In diesem Sinne, ich weiß nicht, was wir damit anfangen. Ein Stück weit, wahrscheinlich können wir es uns auch gar nicht aussuchen, wie wir so gepolt sind. Also ich gehe davon aus, dass es halt Prägefasen im menschlichen Leben doch etwas wirkungsvoller sind, als so gemeinhin angenommen wird. Das heißt, ganz viele Dinge sind halt, wie sie sind und man kann, also der Weg ist halt dann eher der Weg der Selbstakzeptanz, als jetzt immer zu glauben, dass man an sich wahnsinnig viel ändern kann. Ja, also zu sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so schön und ich würde mir eher wünschen, ich hätte eine andere Kalibrierung oder eine andere Prägung oder eine andere Grundneigung, eine Grundtendenz. Aber sozusagen ständig an sich rumzudoktern und sich selber ständig verbessern und so weiter zu wollen, ist halt auch irgendwie, ja, auch ein ziemlich unfriedlicher Zustand mit sich selber. Während wenn man sagt, ja, okay, das ist halt bei mir nicht so toll oder grundsätzlich bin ich auch eher ein eher unglücklicher Mensch, aber okay, ja, so, das ist dann so eine Entspannung auf der zweiten Ebene, also Entspannung 2.0 oder auf der Meta-Ebene, das ist möglicherweise dann eben auch möglich. Also eigentlich ist man irgendwie so ein bisschen grumpy oder neigt eben auch tendenziell eher so ein bisschen ins Depressive, aber man macht seinen Frieden damit und sagt, ja, so bin ich und andere sind anders und das ist okay für mich, ja, so, ne. Das mag für viele, glaube ich, nicht so ganz naheliegend sein, ist aber so tendenziell ja die Tendenz, die sich bei mir so rausgebildet hat. Also so eher den Frieden mit sich selber zu machen und dann bestimmte Dinge auch ab einem bestimmten Alter gar nicht mehr unbedingt ändern zu wollen. Wenn es sich noch ändert, okay, wenn es also so organisch passiert, von allein passiert, wenn es sich ergibt, gut, aber jetzt dieses ständig Pygmalion-mäßige an sich Arbeiten, ja, so mit Hammer und Meißel ständig am eigenen Monument oder an der eigenen Statue rumzuklopfen und sich irgendwie in eine bessere Form bringen zu wollen, in eine bessere Shape, das ist halt auch ein bisschen unfriedlich. Also ich würde sagen, Menschen, die mit sich zufrieden sind, lassen sich selber in Ruhe, behaupte ich jetzt einfach, und verändern sich halt trotzdem aber irgendwie auf eine organische Weise und eben nicht, indem sie ständig an sich arbeiten. So zumindest kommt es mir vor. Aber möglicherweise haben andere da ganz andere Erfahrungen gemacht und fahren damit auch nicht schlecht. Das kann ja durchaus sein, dass es da vieles gibt, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Kann man nie ausschließen. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.